Guten Tag, mein Name ist Wolfgang Süß. Heute ist der 29. April 2017. Ich bin derzeit angeklagt am Landesgericht Linz wegen übler Nachrede, weil ich seit fast drei Jahren behaupte, dass es sich beim Auftriebskraftwerk der Roche Innovations Deutschland GmbH bzw. der Save the Planet AG um einen Betrug handelt. Ich muss also nachweisen, dass es sich hier tatsächlich um einen Betrug handelt. Der Nachweis eines Betrugs ist oft ziemlich schwierig, in diesem Fall jedoch ziemlich einfach. Man braucht keinen Hochschulabschluss, um das verstehen zu können. Zunächst etwas Grundsätzliches. Das wird so gut wie jeder als Motor erkennen. Es ist ein Elektromotor. Und das ist ein elektrischer Generator. Er sieht absolut gleich aus wie ein Motor. Und tatsächlich ist er auch mit einem Motor vollkommen identisch. Man kann einen Motor auch als Generator verwenden und umgekehrt. Der Unterschied zwischen den beiden ist nur folgender. Wenn ich in das Gerät Strom hineinschicke, dann dreht es sich. Es arbeitet als Motor. Umgekehrt, wenn ich selber das Gerät zum Drehen bringe, dann kann ich ihm Strom entnehmen. Es arbeitet als Generator. Beim Auftriebskraftwerk wird zur Stromerzeugung ein Generator verwendet. Dieser wird mechanisch angetrieben. Man steckt also mechanische Energie hinein und bekommt elektrischen Strom heraus. Einen Teil des Stroms, der herauskommt, verwendet man für die Erzeugung von Druckluft, die man für die Befüllung der Auftriebsbehälter braucht. Der andere Teil des Stroms kann dafür verwendet werden, um beliebige Verbraucher anzuschließen. Der Generator im Auftriebskraftwerk wird über ein Kettengetriebe vom Auftriebsteil angetrieben. Und da es sich um einen Generator und nicht um einen Motor handelt, kommt Strom heraus. Sowohl bei einem Motor als auch bei einem Generator muss man allerdings folgendes wissen. Ich bekomme immer etwas weniger Energie heraus, als ich hineinstecke. Ungefähr 10% geht in Form von Wärme verloren. Sowohl der Motor als auch der Generator werden im Betrieb warm. Wenn ich den Generator also zum Beispiel mit einer Leistung von 100 kW antreibe, dann kann ich 90 kW elektrische Leistung entnehmen. Es ist immer ein bisschen weniger, als ich hineinstecke. Und das ist prinzipiell so. Würde ich mehr herausbekommen, als ich hineinstecke, wäre das ein Wunder. Wissenschaftler nennen so etwas auch ein Perpetuum mobile. Betrachten wir also nochmal unseren Generator und sagen wir, er hätte eine Leistung von 100 kW. Damit ich 100 kW entnehmen kann, muss ich also 110 kW in Form von mechanischer Antriebsenergie hineinstecken. 10 kW gehen in Form von Wärme verloren. Von den 100 kW, die ich herausbekomme, muss ich einen Teil für den Kompressor abzweigen. Sagen wir, das sind ebenfalls 10 kW. Dann kann ich für meine Verbraucher immer noch 90 kW verwenden. Das Einzigartige an der Sache ist jetzt allerdings, dass ich außerhalb des Generators nur zwei Wege für Energie habe. 10 kW zum Kompressor hin und 110 kW kommen vom Auftriebsteil zurück. Egal was auch immer dort geschieht in diesem Auftriebsteil. In jeder Betriebsstunde werden hier 110 minus 10 ist gleich 100 kWh Energie erzeugt. Und das glaube ich nicht. Denn Energie kann man nicht erzeugen. Man kann sie nur umwandeln. Es gibt also nur zwei Möglichkeiten, wo die Energie, die ich dem Generator tatsächlich entnehmen kann, herkommt. Entweder über die Kette, also in Form von mechanischer Energie. Dafür müsste die für den Kompressor abgezweigte Energie sich aber ständig vermehren. Da dem Auftriebskraftwerk aber angeblich keine Energie von außen zugeführt wird, stehen wir vor einem Rätsel. Die zweite Möglichkeit ist, die Energie wird im Generator selbst erzeugt. Das geht aber schon gar nicht. Das wäre ja wieder das schon erwähnte Wunder. Bleibt also nur eine dritte Möglichkeit. Da rund um den Generator nichts ist, das Energie liefern könnte, muss ich ihn wohl hochheben und schauen, was aus dem Boden kommt. Der Generator ist auf einem Betonsockel montiert. Ganz fest montiert. Ich überlasse es der Fantasie des Publikums, was passieren würde, wenn man den Generator hochhebt, um nachzuschauen, woher denn die fehlende Energie kommt. Ich selber darf den Generator nicht hochheben. Er wäre übrigens auch viel zu schwer für mich. Ein Generator mit einer Leistung von 60 Kilowatt, wie er bei Roche verwendet wird, hat ein Gewicht von bestimmt mehr als 500 Kilo. Aber wahrscheinlich auch weniger als 1000 Kilo. So etwas kann man mit einem geeigneten Hebewerkzeug problemlos heben. Der ultimativ sichere Beweis des Betruges ist also auf folgende, ganz, ganz einfache Weise möglich. Das sogenannte Kraftwerk eine Weile mit voller Leistung laufen lassen und unmittelbar anschließend den Generator hochheben. Ich zeige euch, das ist jetzt für Experten, auch noch eine andere Möglichkeit des Beweises. Und das geht sogar ohne den Generator hochzuheben. Ich muss im Betrieb nur drei Werte messen. Denn zwischen Leistung, Drehzahl und Drehmoment gibt es einen eindeutigen Zusammenhang. Drehmoment ist gleich Leistung durch Drehzahl. Das ist wirklich nicht kompliziert. Wie messe ich das? Die elektrische Leistung messe ich ganz einfach mit einem Leistungsmessgerät oder mit Volt und Amperemetern. Die Drehzahl kann ich auch sehr einfach messen. Sie ist die Anzahl der Umdrehungen pro Sekunde mal 2 Pi. Dafür gibt es Messgeräte. Bleibt noch das Drehmoment an der Welle. Dank der Fortschritte in der Messtechnik gibt es seit ein paar Jahren auch Messgeräte, die berührungslos das Drehmoment messen können. So ein Drehmomentmessgerät passt in einen kleinen Koffer. Und wenn ich einen Generator vor mir habe, der weitaus mehr elektrische Energie abgibt, als ich in Form von mechanischer Energie hineinstecken muss, dann habe ich ein Wunder vor mir. Oder einen Generator für einen speziellen Sockel. Der Beweis des Betruges kann also allein am Generator erbracht werden. Setzenzu der Beweis des Betruges der Beweis des Betruges Untertitelung des ZDF, 2020